Wir haben heute Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Band zu Gast. Ja, das sagt sich so leicht dahin, eine Band zu Gast. Das Tübinger Quartett Hölligen Express ist eben, meine ich jedenfalls, etwas mehr als nur mal so einfach nur eine Band. Und Markenzeichen von den Tübingern, was ich sehr liebe, ist, dass sie ihre Instrumentalstücke ausschließlich selbst komponieren, wobei auch Stimmen als Farbe eingesetzt werden. Seit 1993 macht die Band internationale Karriere, England, Österreich, Dänemark, Kanada, das außergewöhnliche Soundkonzept, welche die Hölligen Expressionisten, wenn ich so sagen darf, haben. Das heißt Electric Body Fog und klingt teilweise wie ein Entwurf für eine Weltmusik im nächsten Jahrtausend. Es spielen von links Jörgen Lang Gitarre. Ralf Gottschalt, Perkasten und Schlagzeug. Güray Attalay Ebers. Und in der Mitte, da gehört sich auch hin, Elke Rogge Drehleier. Herzlich Willkommen, Hölligen Express aus Tübingen. Applaus Musik 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 dryer Musik 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 Musik